Vielleicht wundert ihr euch, was ist denn das hier für eine Optik? Warum sitzt der scheinbar vor seinem Computer? Warum hat der Kopfhörer auf und was tut der da eigentlich? Mein Kanal Vogelflug war für mich immer irgendwie eine Spielwiese. Ich hab auf meinem Kanal Vogelflug gemacht das, worauf ich Bock hab. Und ich hab mich nicht durch irgendwas festlegen lassen, sondern ich hab mal das gemacht und mal das gemacht. Das ist mit einer der Gründe, warum mein Kanal so schlecht lief. Denn die Leute abonnieren mich meistens für ein spezielles Video, für irgendetwas Spezielles, was sie sehen wollen. Manche Leute abonnieren mich für Dinge, die mich unglaublich auf den Piss gehen, weil sie gerne Rage-Videos gucken. Andere abonnieren mich vielleicht für die Antwort, weil sie auf dumme Kommentar-Videos stehen. Da war ich aber nie so der Mensch, der da wirklich sich in ein spezielles Schema gepresst hat, sondern ich hab immer gesagt, ich mach auf meinem Kanal das, worauf ich Bock hab. Bis auf eine Sache. Vor einem Genre hab ich mich immer so ein bisschen gescheut, das hier auf dem Kanal hochzuladen. Und ich muss mittlerweile sagen, ich verstehe eigentlich nicht so ganz, warum. Und zwar ist das Gaming. Ich hab einen separaten Let's Play Channel, den ich zwischenzeitlich immer mal wieder auch recht aktiv geführt hab. Aber auch mit meinem Let's Play Channel war es im Prinzip ähnlich wie auf Vogelflug. Es gab Phasen, da hatte ich Bock drauf. Und es gab Phasen, da hatte ich keinen Bock drauf. Sprich, dieser Let's Play Channel macht eigentlich wenig Sinn. Denn einen Kanal zu betreiben, der nur einmal im Jahr mal für einen Monat aktiv ist, ist eigentlich Quatsch. Und andersrum wüsste ich auch nicht, was dagegen spricht, auf diesem Channel hier auch Gaming zu machen, wenn ich da Bock drauf hab. Weil es ist halt meine Spielwiese. Und ich mach hier auf dem Kanal das, worauf ich Bock hab, wenn ich halt gerade drauf Bock hab. Trotzdem wollte ich euch als Zuschauer natürlich gerne mit einbeziehen. Und ihr könnt jetzt, ich weiß gar nicht, in welcher Ecke, in der Ecke oder in der Ecke, da wo eben die Infocards sind, da werde ich eine Umfrage einfügen. Und klickt da mal bitte an. Findet ihr das gut, wenn auf diesem Kanal hier auch mal Gaming kommt? Oder findet ihr das völlig beschissen? Ich will es jetzt auf jeden Fall mal maximal für ein paar Wochen austesten. Also wenn das nicht gut ankommt, dann werde ich das sicherlich wieder bleiben lassen. Aber wenn es gut ankommt, dann könnte ich persönlich mir gut vorstellen, das immer mal wieder doch auch zu machen. Und da irgendein Gaming-Projekt auch mal durchzuziehen. Außerdem würde ich euch sehr bitten, das Video auch gerne komplett bis zum Schluss anzugucken. Also auch wenn ihr sagt, nee, eigentlich hab ich überhaupt keinen Bock auf Gaming, guckt euch das Ganze doch vielleicht mal an und textet mir, nachdem ihr das Video geguckt habt, unten eure Meinung in die Kommentare. Nee, find ich scheiße, weil? Oder nee, find ich super, weil? Aber ich würde sagen, bevor ich mich hier zu lange verquatsch, schalten wir dann gleich rüber ins Gameplay. So, dann sind wir jetzt hier auch schon in-game. Ähm, so, kurze Absprache für den Anfang. Wer kümmert sich um Betten? Du, ich? Ähm, ich hab hier gerade Schafen vor der Nase, aber warte mal, dann kümmere ich mich drum. Hast du Holz für mich? Dass ich ein Schwert craften kann? Sekunde, ich muss mal eben den Baum hier noch abbauen. Ähm, so, Erklärung für euch Zuschauer, was wir hier machen. Das Ganze ist tatsächlich ein bisschen angelehnt an die Projekte Minecraft Switch und wie hieß dieses andere Ding von Dehner? Minecraft Replay oder Reboot oder sowas? Ich hab den Namen vergessen, um Gottes Willen. Ähm, krass, ich hab zu wenig Holz. Ähm, sprich, was wir machen, ist, wir versuchen, den Enderdrachen zu töten. Ähm, und das Ganze ist eine Hardcore-Welt. Sprich, wenn wir sterben, dann ist alles weg. Dann sind wir tot. Ähm, ja, nur dass, äh, die Art und Weise, wie wir das machen, sich ein bisschen davon unterscheidet, wie Dehner das macht, dass Dehner das Ganze in einem Mod-Pack spielt. Wir spielen hier allerdings, äh, rein Vanilla. Das heißt, was bei Dehner natürlich auch mit ein ganz, ganz wichtiges Element ist, sind eben die Lucky-Blöcke, mit denen er da rumspielt und irgendwelchen Blödsinn macht, während wir rein Vanilla spielen. Und vor allem, äh, wir eben auch versuchen, das Ganze auf Zeit zu machen. Das heißt, wir versuchen hier jetzt auch möglichst schnell und effizient ins Ende zu kommen, um den Enderman zu töten, den Enderman, den Enderdrachen zu töten. Ähm, genau. Und noch eine zusätzliche kurze Erklärung für diejenigen, die vielleicht verwundert waren. Hä, mit wem spricht der denn da? Da ist noch jemand anders. Das ist mein Mitbewohner, der auch schon, äh, weltberühmt ist auf meinem YouTube-Kanal aus Videos, wie wir blasen viele Luftballons auf und packen sie meinem Mitbewohner ins Zimmer. Das ist ja ein, äh, Standardformat bei mir auf meinem Kanal. Ähm, genau. Und, äh, ja, man muss tatsächlich ehrlicherweise sagen, wir machen das auch nicht zum ersten Mal. Wir haben das schon, äh, so rein Just for Fun selber schon mal ausprobiert. Ähm, so, gefühlte zehnmal. Genau, gefühlte, ja. Wir haben dann irgendwann aufgehört mitzuzählen, aber es war auf jeden Fall oft, dass wir es ausprobiert haben. Ach, du hast den Crafting-Table jetzt schon abgebaut. Ach, soll ich den wir aufbauen? Ich hab... Nö, alles gut, ich hab genügend Holz. Deswegen haben wir natürlich schon eine gewisse Routine und haben schon so eine gewisse Aufgabenaufteilung, dass, äh, sich einer am Anfang erst mal um Betten kümmert und so einen Blödsinn. Ähm, ja, so viel zum Vorgelabern. Jetzt hab ich eine ganze Menge gelabert und du bist überhaupt nicht zu Wort gekommen. Ähm, das stimmt. So, ich, äh, ich ernte mal die ganzen Felder ab. Das ist gut. Ich gucke, ob wir hier... Es ist natürlich super, dass wir wieder ein Villager-Dorf haben. Villager-Dörfer sind immer, äh... Und ich hab den Seed nicht rausgesucht. Sehr, sehr geil. Ja, wir haben es tatsächlich beim letzten Mal so gemacht, dass wir, ähm, den Seed dann immer wieder wiederholt haben. Ähm, sprich, äh, ja, wenn wir einmal gestorben sind, dann war zwar die Welt weg, aber wir haben wieder auf dem gleichen Seed gespielt. Ähm, das werden wir auch dieses Mal wieder so machen. Sprich, wenn wir sterben, dann... Ähm, haben wir zumindest von Anfang an ein Villager-Dorf. Das ist, äh, nicht schlecht. Da haben wir tatsächlich Glück gehabt mit dem Seed. Aber wir haben, soweit ich das sehe, keine Library. Das heißt, wir müssen uns doch tatsächlich selber um... Bücher kümmern. Das ist natürlich ätzend. Und das ist immer ganz geil, wenn man Bücher schon direkt hat in der Village mit. Ach so, äh, soll ich den Villagern irgendwas noch dalassen? Dass wir mit denen dann im Zweifel mal handeln können noch später? Wie meinst du? Ach so, von dem Anbauzeug. Ja. Ja, würde ich ihnen was dalassen. Ähm, dann würde ich sagen, dass wir möglichst schnell uns auch auf den Weg machen und irgendwo einen Sumpf suchen. Schon alleine für Goldäpfel. Ähm, ja. Ja, das ist auch so eine Erfahrung, die wir ganz schnell gemacht haben. Äh, Goldäpfel sind extrem wertvoll, wenn man auf Hardcore spielt. Ähm, nicht erst für den Enderdrachen, sondern auch schon für davor. Weil wenn so ein Creeper direkt neben dir in die Luft geht und du halbes Herz hast, äh, und dann von sonst wo auch noch ein Skelett angerannt kommt, die auf Hardcore schon echt ganz gut Schaden machen, dann kann dir so ein Goldapfel im Zweifel sehr den Arsch retten. Ja. Das stimmt. Kann man schon. Doch das öfteren schon. So. Äh. Auch nutzen müssen. Ja. Pferde brauchen wir nicht, oder? Die kann ich killen für Leder. Jo. Denkst du schon. Oh, hier ist rote Beete. Oh. So, ich hab das Gefühl, der Minecraft-Sound ist doch ein bisschen laut. Äh, da, im Jusik und Sound. Drehen wir mal ein bisschen runter. Damit Basti, Basti im Verhältnis besser zu hören ist. Das ist gut. Ähm, hast du jetzt eigentlich schon, oh, hier ist Kohle, äh, Betten vorbereitet? Ja. Also ich hab sechs Schaf, äh, also ich hab sechs Wolle gefarmt und das müsste ja dann reichen. Das sollte reichen, ja. Ich hab jetzt auch fast einen Steak Kartoffeln, die kann man dann auch braten, dann haben wir auch was zu essen, das ist auch ganz gut. Ja, ich hab schon ein paar, paar Schweine getötet hier für Porkchop. Das ist gut. Aber ich hab jetzt sechs Porkchop, also übertrieben viel ist das nicht. Ähm, und ich hab schon mal 15 Kohle, das ist auch ganz geil. Das stimmt. Ähm, ja, ich würde vorschlagen... Hast du einen Sumpf gefunden? Wie bitte? Hast du einen Sumpf gefunden? Nee, ich warte auf dich. Ach so. Ich hätte dann gesagt, dass wir zusammen loslaufen. Also keine Ahnung, so ein Sumpf kann ja doch mal recht weit weg sein. Ja, nee, ich hatte hier irgendwo mal, äh, jetzt als ich ganz mal... Warte mal, hier war doch irgendwann. Echt, hast du schon einen gesehen? Ich hab zumindest mal irgendwie am Horizont mal irgendwie... Ah, da ist Zuckerrohr, 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 Zuckerrohr. Hoho, sehr schön. Hier unten in deinem Fluss. Ich bin hinter dem Dorf. Ja, hinter dem Dorf ist auch eine sehr präzise Angabe, weil es ist in alle Richtungen hinter dem Dorf. Äh, ich hab einen Sumpf gefunden. In welche Richtung bist denn du? Und zwar, da gibt's doch so einen großen Berg, genau in die entgegengesetzte Richtung. Ja, okay, ich bin gerade beim großen Berg. Okay. Dann komm ich mal wieder. Also vier Zuckerrohr hab ich immerhin. Das ist jetzt nicht viel, aber immerhin. Ich kann gleich schon nicht mehr sprinten. Das heißt, wir sollten bald mal uns einen Ofen machen. Oh ja. Wie viel Cobblestone hast denn du schon? Hast du schon überhaupt Cobblestone? Nee. Ja, dann nehm ich nämlich gleich genügend für den Ofen mit, dass wir dann, sobald wir da hinten im Sumpf sind, uns auch einen Ofen machen können. Ach so, warte mal. Ich kill mal hier gleich noch die Schafe. Ach, ich hab schon genug. Ich kill gleich mal hier noch die Schafe. So, ich hab 16. Dann können wir gleich zwei machen. Stimmt, die geben ja auch Essen. Ja, eben. So, in die entgegengesetzte Richtung sagst du, ist ein Sumpf. Ach da, ich seh ihn. Gut, ja, dann bewege ich mich schon mal Richtung Sumpf. Da sind auch Kühe. Äh, Kühe gleich töten und hoffen, dass sie respawnen oder versuchen sie anzubauen. Lass es mal erst mal noch leben. Okay, ja, ich kann schon nicht mehr sprinten. Also ich, äh, such mir jetzt eine Stelle, wo wir dann anfangen können, uns runterzugraben. Ja. Ähm. Hier, ach so, ich, äh, wenn du, ja, jetzt siehst du mich. Hallo? Äh. Nein, ich seh dich nicht. Wo bist du? Einmal umdrehen. Einmal umdrehen. Ach so, du bist schon im Sumpf. Ich dachte, du wärst noch ein Village oder auch. Mehr Zuckerrohr. Ja. Das ist ganz geil. Äh, wollen wir uns hier direkt runtergraben? Oder noch ein Stück Ich würde noch ein Stück weiter gehen. Einfach, falls wir noch mit den Villagern handeln wollen, habe ich die Befürchtung, dass wenn wir hier sind, dass die noch geladen sein könnten. Ach so, und dann Zombies. Ja. Und dann die Zombies sie töten. Und das wäre halt ein bisschen ungünstig. Das stimmt. Da müssen die vorher. Zuckerrohr. Wacht, was ist denn das Zuckerrohr hier so dunkel im Sumpf? Sieht voll krass aus. Ja, ja, aber das ist so. Ähm, ja, ich würde mal da hinten irgendwo auf die Plattform gehen oder so. Jo. Na, okay, aber dann können wir die Kühe hier doch töten, weil da hinten werden wir bestimmt noch mal Kühe finden. Naja, jetzt ist es zu spät. Ja. Ich komme mal mit dem. Ja, also das bisschen weder macht dann auch sauer. Ich habe jetzt auch 28 Chammelfleisch, also. Nicht, nicht so viel Unterschied. Ähm. Ja, gut, die Basis machen wir wieder so halb unter der Erde, oder? Also nicht, nicht komplett unten, aber so unter der ersten Erdschicht, damit wir halt kein, kein Haus bauen müssen. Jo. Würde ich so machen, genau. Ja, ist doch schon ganz schön weit weg von Wildscherldorf, aber Achso, ja, das stimmt. Aber gut, da vorne haben wir dann jetzt hier so einen Übergang, wenn du mal nach rechts guckst, da haben wir, das ist dann nicht ganz so, wir müssen noch nicht ganz so weit schwimmen. Achso. Naja, das wird bei mir nicht geladen, aber wenn da ein Übergang ist, oder meinst du einfach nur, nur ein kurzes Flussstück? Ne, nur ein kurzes Flussstück. Achso, ja. Das ist nicht so weit, also wir müssen jetzt echt weit schwimmen. Äh, hier schon runter jetzt gleich? Jo, klar. Gut. Ich fäll mal noch ein paar, du kannst ja schon mal graben, ich fäll gleich mal schon die ersten Bäume. Gut. Ich hab nämlich noch Holz. Äh, hast du zufällig noch Holz? Oder hab ich noch Holz? Ja, naja, nicht genug. Also falls du ne, oder stell den Crafting Table einfach wieder auf, weil da mach ich mir gleich ne Schaufel. Ja. Super, danke. Rup. Ach, und ein paar Fackeln wären natürlich auch ganz geil. Das stimmt. Äh, so. Äh, was wollen wir uns erst braten? Äh, hier, ähm, Dingens. Dingens? Dingens. Naja, ich hab sogar genügend, äh, Kobbel schon für zwei Öfen. Ah, sehr gut. Also würde ich sagen, einmal äh, Raw Pork Chop und einmal die Kartoffeln. Die Kartoffeln musst du aber rein. packen. Jo, mach ich. Ja, aber ich hab auch noch 28 Hammelfleisch. Vielleicht machen wir erst mal das. Ach so. Ja, das können wir auch machen. Da wurscht. Der obligatorische Aufnahmekaffee ist natürlich auch mit dabei. Selbstverständlich. Ne, gut, dann, äh, ach so, ich schmeiß dir hier schon mal das, äh, Zuckerrohr hin. Bitteschön. Kannst du dann auch gleich anbauen. Danke. Ähm, ähm, so. Dann müssen wir halt noch irgendwo Kühe herkriegen fürs Leder, für die Bücher. Ja. Und es ist immer wieder krass, wie schnell sich die Tools auf Hardcore verbrauchen. Also, ich mein, wir spielen ja jetzt echt noch nicht lang und meine Spitzhacke hat doch schon wieder ordentlich Damage genommen. Ich glaub, das liegt einfach daran, dass du ansonsten eine Spitzhacke mit Diamant-Haltbarkeit 3 und Mending hast. Ja, aber ich hab ja doch auch immer mal wieder von vorne angefangen auf irgendwelchen Welten und also die verbrauchen sich schon deutlich schneller auf Hardcore. Also, das, das kannst du mir nicht erzählen, dass ich mir das nur einbilde. So, ich hab hier noch mal Kohle gefunden. Das ist gut. Es wird auch langsam dunkel. Ich komm dann mal runter, dass wir noch schlafen können. Aber ich muss noch die Betten bauen. Gut. Ja, ich grab mich jetzt auch erst mal ganz runter Richtung Stripmine, oder? Ja, statt, oder soll ich hier schon mal anfangen ein Loch auszuheben für Betten, etc. Ja, mach schon mal. Mach mal erst mal ein Loch. Ich hab nämlich keine Spitzhacke. Ach so, okay. Ja, gut. Ich mach hier noch kurze Kohle fertig und dann kümmere ich mich um ein Loch. Das ist ganz schön viel Kohle. Hast du mal Stein? Yes. Bitteschön. Wie viel brauchst du? Reicht. Okay, also meine Spitzhacke ist schon fast wieder kaputt. Das verbraucht sich schon definitiv deutlich schnell. Warum hast du das mit Wolle zugebaut? Ich hab zu viel Wolle und mit so solch sonst wie viel Zeug. Okay, alles klar. Ich mach mal noch ein Crafting Table. Hast du Essen mit runtergenommen? Nö. Okay, naja, dann müssen wir jetzt schnell schlafen, weil ich hab schon wieder ordentlich Hunger. Ich liege. Ich liege auch. Ich hoffe, dass der Ton in Audacity laut genug ist. Das sieht irgendwie auf dem Pegel so ein bisschen leise aus. Wobei, ja, okay, ich hab gerade auf meinem zweiten Bildschirm vier Programme gleichzeitig offen. Dadurch ist Audacity natürlich auch recht klein gezogen. Deswegen könnte es auch daran liegen. So. Oh, und deine Kamera ist ausgegangen. Das heißt, die Facecam ist hiermit tot. Wahrscheinlich war der Akku leer. Sekunde, ich teste das mal kurz. Ja, der Akku ist leer. Naja, dann würde ich sagen, wir hatten ursprünglich mal gesagt, wir hören dann auf, aufzunehmen, wenn die Facecam leer geht. Da hinten liegt übrigens ein Apfel. Aber das ging jetzt doch ein bisschen sehr schnell. Ich würde sagen, ein bisschen können wir schon noch aufnehmen. Okay. Und dann packen wir mal. Wir könnten natürlich auch einfach jetzt die Folge hier beenden. Wir sind sowieso ungefähr so bei 13 Minuten. Das passt für eine Folge eigentlich ganz gut. Und dann einen neuen Akku reinpacken. Ich würde sagen, das machen wir mal. Meine sehr verehrten Zuschauer, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da. Und vor allem auch eben einen Kommentar unten in der, im Kommentarbereich. Ob ihr das Ganze gut findet, ob ihr das Ganze kacke findet oder auch nicht oder doch oder wie oder was oder Wurstsalat. Ja, wie in der kurzen Intro-Sequenz am Anfang erklärt. Ich möchte das Ganze jetzt mal austesten. Nicht Wurst-Eintopf. Hä, hä, hä. Wurst-Eintopf. Dabei heiße ich in Minecraft gar nicht Wurst-Eintopf. Ich heiße zwar sonst in vielen Spielen Wurst-Eintopf, aber in Minecraft tatsächlich nicht. Sondern Amalia! Ähm, ja, gut, genug drum rum geredet. Tschüss! Wir sehen uns irgendwann wieder. Ich hab keine Ahnung, wie ich das jetzt hochlade.